Hallo Leute, herzlich willkommen zur Filmbewertung von dem Film Elvis. Und wie ihr euch bei den Namen des Films schon denken könnt, geht es um den King of Rock, Elvis Presley. Dieser wird gespielt von Ashton Butler, sein Manager Tom Parker wird gespielt von Tom Hanks, Olivia de Jong, ich hoffe ich spreche den Namen richtig aus, spielt die Priscilla Presley. Worum es in dem Film geht, ist natürlich ganz einfach. Es geht um das Leben von Elvis Presley, von klein auf bis zu seinen Anfängen in der Musikszene, bis zum bitteren Ende. Und ja, was muss man zu dem Film sagen? Der Film ist ein absolutes Meisterwerk. Die Atmosphäre ist der Hammer. Also man hat wirklich versucht, die ganzen Höhen und Tiefen aus Elvis Presleys Leben wirklich super einzufangen. Und man hat wirklich auch so das Gefühl, man ist wirklich die ganze Zeit mit ihm unterwegs. Und das ist richtig cool. Und auch der Schauspieler Ashton Butler, mega, mega. Also der hat da wirklich, spätestens mit diesem Film, seinen Durchbruch geschafft. Also der Film, Bombe. Und auch wie der Schauspieler es so rüberbringt, die ganzen Sachen, die Elvis Presley gemacht hatte, manche Sachen. Also ich war mit meiner Mom im Kino gewesen. Und es gab da Sachen, die meine Mom trotz Elvis Presley-Fan von damals bis heute nicht wusste. Und das ist natürlich eine ganz interessante Sache. Viele Sachen wusste ich natürlich auch nicht. Und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, in den Film reinzugehen. Weil man erlebte auch so ein paar geschichtliche Sachen und alles. Und nicht nur das Musikalische, sondern auch die Person dahinter und was er so alles gemacht hat. Und so richtig gut. Dieser Film ist einfach mega interessant. Also alles so, sie haben auch die ganzen alten Autos mit dabei gehabt. Sie haben auch versucht, so alles wirklich so stilecht wie möglich reinzupacken. Die Kostüme waren richtig geil. Meine Güte, haben die sich da wirklich Gedanken gemacht und Mühe gemacht und alles. Und da ist ein Tom Hanks als, sag ich jetzt mal, etablierter Schauspieler-Schauspiel-Legende natürlich nochmal das Sahnehäubchen auf der ganzen Torte gewesen. Der hat wirklich eine absolut grandiose schauspielerische Leistung wieder abgeliefert. So wie man das von Tom Hanks einfach kennt. Und einfach wow. Also ich war wirklich, der Film geht zweieinhalb Stunden, etwas mehr sogar. Aber ich war mega begeistert. Also ich bin zwar auch Musik-Fan. Und Elvis Presley kenne ich natürlich, ist gar keine Frage. Man kann so ein bisschen sagen, Elvis Presley ist der Tupac der Rock'n'Roll-Szene. Kann man so ungefähr sagen. Und ja, ein absolutes Meisterwerk. Es gibt nur einen minimalen, wirklich klitzekleinen Schönheitsfehler, kann man jetzt mal so sagen, in dem Film. Und zwar die Schauspielerin, die Priscilla Presley spielt. Die hat mich jetzt, sage ich jetzt mal, vom Optischen gar nicht an Priscilla Presley erinnert. Priscilla Presley, vielleicht kennt der ein oder andere von euch Priscilla Presley noch aus den Filmen, wie die nackte Kanone zum Beispiel mit Leslie Nielsen damals. Das war Priscilla Presley, die Frau von Elvis Presley. Die hat mich, wie gesagt, einfach nicht so an sie erinnert, rein vom Optischen her. Aber auch diese Person hat schauspielerisch eine absolut grandiose Leistung gezeigt. Also wie gesagt, deswegen nur ein minimaler Schönheitsfehler. Also von daher gibt es da wirklich bei diesem Film absolut nichts zu meckern. Der Film brauchte auch diese Zeit, die der Film wirklich hat, diese guten zweieinhalb Stunden, um auch wirklich so ein bisschen mal hier reinzugehen, mal da reinzugehen, ein bisschen hier ein bisschen mehr Tiefe reinzubringen. Das war alles wirklich gut. Ich fand den Film zu keiner Minute langweilig. Das haben die Leute einfach super gemacht. Also der Hammer. Also ich bin restlos begeistert von diesem Film. Und dieser Film könnte für mich persönlich Film des Jahres werden. Der Film wird jetzt wahrscheinlich jetzt keine Milliarden einspielen, wie jetzt so Marvel-Filme oder sowas. Aber für das, was dieser Film ist, ist er ein absolutes Meisterwerk. Die Leute, die da waren, haben sich Gedanken gemacht. Die Leute haben wirklich alles gegeben, was sie konnten, um diesen Film so gut zu machen, wie der jetzt geworden ist. Und von daher sage ich euch nach der Werbung von meinem Shop, was ich dem Film für eine Bewertung gebe. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fan Shop. Hier gibt es vieles von euren Lieblings-Streamer und Content-Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. So, da sind wir wieder. Ich hoffe, ihr kauft gleich auch ordentlich im Shop ein. So, kommen wir zur Bewertung. Wie gesagt, der Film ist ein absolutes Meisterwerk. Die Kostüme sind gut. Auch die deutsche Synchro, die hätte ich fast vergessen, also der deutsche Synchronsprecher, ich weiß jetzt gerade nicht, wer das ist, hat wirklich so nah wie möglich versucht, an Elvis' Stimme dran zu kommen. Und das gibt auch nochmal Pluspunkte. Und die Atmosphäre war gut. Die Schauspieler waren gut gecastet, also bis auf den kleinen Schönheitsfehler. Also, wow, ich bin wirklich restlos begeistert und dieses Mal kann ich wirklich ohne Probleme dem Film 5 von 5 Totenköpfen geben. Und dieses Mal nicht zwischen 4 und 5 oder 4,5 oder sowas. Nein, dieser Film kriegt volle 5 Totenköpfe, weil er genau das ist, absolut perfekt, ein absolutes Meisterwerk mit viel Humor, mit vielen Höhen und Tiefen, die dieser Mensch erlebt hat. Deswegen ein absolutes Meisterwerk und definitiv eine Anguckempfehlung für euch. Geht in diesen Film, wenn ihr auch nur ein bisschen Musik interessiert seid und auch nur ein bisschen Interesse an Elvis Presley habt, dann solltet ihr euch diesen Film unbedingt anschauen. Ja, das war das schon mal. Welchen Film ich euch nächste Woche präsentiere, werde ich euch noch nicht sagen, weil ich es auch noch nicht weiß. Da ich jetzt eine Woche krank war, bin ich da jetzt so ein bisschen in Rückstand und konnte bisher noch nicht alle Filme gucken, die ich eigentlich gucken wollte und auch nicht in der Qualität, die ich eigentlich gucken wollte. Aber da in den nächsten Wochen nicht so viele neue Filme kommen, werde ich da schon so nach und nach wieder so ein bisschen wieder ins aktuelle Geschehen reinkommen. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.